Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Kirby und das Magische Garn. Das letzte Mal haben wir Minigames gemacht und haben Mara freigeschaltet und jetzt machen wir mehr Minigames mit Mara. Hey, wir sind endlich in der zweiten Welt angekommen. Mensch, das ist ja nett. Vielleicht bringen wir das doch noch irgendwann zu einem Ende. Das wäre ja schön. Das wäre ja schön. Ja, die Anzahl der Minigames in diesem Spiel ist ein bisschen, bisschen overkill. Aber hey, meine Güte. Wenn die Entwickler Minen, dann sollen sie machen. Okay. So. Nice. Wow. Nice. Hallo. Das wird nicht so nice. Das habe ich irgendwie kommen sehen. Ah, verdammt. Und auch noch in den Werbesch... Oh, Waddle. Gut gezielt. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Also für so ein Rennen. Ja, gut. Dann nochmal, weil es so schön war. Okay, diesmal bin ich nicht über den Wirbelsturm drüber gekommen. Ich glaube aber, das lag auch dran, weil ich jetzt am Anfang schneller war, so ein bisschen. Naja. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Runden lang. Okay. Da war es, glaube ich, besser ein bisschen zu warten. Ich glaube, das hier läuft schon ganz gut gerade. So, ist doch vorzüglich, ist das doch. Mensch. Ha, das hast du davon, du dumme Kuh. Und noch mehr Minigames. Yay. Es hört nicht auf. Plopp. Rotes Tuch. Na gut. Äh, Laberwüste. Okay. Immer noch in der zweiten Welt. Hm. Ha, ha, ha. Na, von mir aus. Bap. Bip. Bop. Oh, mein Gott. Uh. Wow, was mache ich denn? Möchte ich da jetzt wirklich noch Bomben werfen? Hätte ich da auch oben lang gekonnt? Weiß es nicht. Egal. Oh, ich dachte, ich komme nur noch durch. Shit. Okay. Nein. Gut so. Wow, ich werde fast rein. Hübs. Okay, prima. Das ging doch. Ha, 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 ha. Ich gehe mich ersaufen. In Laber. Und mehr Minigames. Flammen. Flammen. So, so. Haben wir die Hoppla-Höhle. Jawohl. Das ist, glaube ich, immer noch die zweite Welt. Oh, boy. Das sind echt viele Minigames, meine Herren. Na gut. Weiter geht's. Uh. Das war eine coole Aktion, aber ich möchte das gerne nicht wiederholen. Ich glaube nicht, dass ich da drüber komme. Okay. Nein. So ist besser. Stacheln. Nein. Oh, warum? Nein. Warum? Nein, nicht da hinten, du blödes... Oh. Okay. Nein. Oh, so ein Müll. Oh, so ein Schwachsinn. Oh, riecht mich auf. Ja, komm schon. Oh, Mann. Da macht man hier schon Minigames, die auf Zeit gehen und dann dauert's ewig, bis das Minigame geladen ist. Gibt's denn sowas? So. So. Top, 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 top. Okay. Hä? So, stacheln. Okay. Lass mal nicht einquetschen lassen und ganz nach hinten fliegen. Wunderbar. Ah, nicht so wunderbar. Oh, nein. Okay, gut. Hä? Ah, ich hätte was das Ding verpasst. Mann. Das war dumm. Fürchterlich. Fürchterlich dumm. Aber es geht weiter. Es geht immer weiter. Na, von mir aus. Dup, dup. Wunderbärchen. So, Dino-Dschungel. Dino-Dschungel? War Dino-Dschungel auch die zweite Welt? Na gut. Von mir aus. Uh. Äh. Hoch da, Kirby. Runter da, Kirby. Wunderbar. Wunderbar. Näh. Ii. Ähm. Okay. Ich habe nicht den Waddle-Doo erwischt. Das ist gut. Fertig. Aber der Waddle-Doo hat mich erwischt. Nein, ich will nicht hier runter. Nein. Waddle. Du Arschi. Okay. Okay. Na. Zumindest irgendwie geschafft. Das ist gut. No. Und mehr. Immer mehr. Vorzüglich. Spielzeug-Welt. Das ist die dritte Welt mittlerweile. Yay. Sehr gut. Wir machen Fortschritt irgendwie. So halb. Vielleicht. Ui. Ich sehe gerade einfach unten lang geflogen. Sie ist voll am rumcheaten, die Alte. Wie hast du, kleiner... Da oben bleiben. Da drauf. Runter da. Okay. Switche, Ente. Enten Action. Nein. Ente. Ente. Gib Gas, Ente. Ich brauche die Ente sogar. Na super. Mann. Oh Gott. Wir haben die Ladezeiten nicht. Ich meine, die sind recht kurz. Aber dann noch dieses Runterzählen. Und bah. Warum muss man immer so lange warten? Ich mag sowas nicht. Nicht mehr seit vielen. Ich mag es nicht, da ewig bewarten zu müssen. Das ist doof. Oh je. No. Diesmal nicht, Waddle, du. Diesmal nicht. Ah. Oh. Okay. So. Enttchen. Gib Gas. Yay. Epische Enttchen Action. Wunderbar. Hä? Wenigstens klappt es so ziemlich immer beim zweiten Versuch. Hey. Und? Noch mehr? Natürlich noch mehr. Fehlt nur noch ein Zuglevel. Nö. Hä, hä, hä. Okay. Schick. Äh. Ja. Was denn sonst? Was denn sonst? Wenn nicht das Pilz fällt. War das nicht auch? Ich glaube, die Welten sind mittlerweile alle einfach durcheinander. Äh. Oh. Linksrum. Das wusste ich. Gabi, gib Gas. Wow. Okay. Ich bin gerade so erwischt. Ach, kommt schon rüber da. Nein. Kirby. Wie. Mann. Warum? Warum hat er das nicht erwischt? Ah. Mann. Oh. Gott. Äh. Äh. Das macht mich aggro. Ah. Okay. Nee, linksrum. Wie wir schon festgestellt haben. Okay. Hep. Nein. So. Prima. Na bitte. Äh. Mann. Nö. Mann. Äh. Äh. Und noch mehr. Äh. Eieieieieieieiei. Hey. Mehr Sterne. Braune Sterne. Wow. Haben schon wieder über die Hälfte der Folge damit mit Minigames verbraten. Zuckerpark. Und es ist kein Ende in Sicht. Seize. Brr. Okay. Hahaha. Oh. Na gut. Ich mag übrigens Fortschritt sehr gerne. Muss ich mal so sagen. Hä. Das finde ich persönlich ziemlich gut. Was ich nicht so mag, ist, wenn es keinerlei Fortschritt gibt. Äh. 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 Uh. Ich werde fast, ich wäre fast gepuddingt worden. Das muss ein grausamer und zugleich sehr schmackhafter Tod sein. Tod durch Pudding. Äh. Okay. Uh. Gerade noch drauf gelandet. Wunderbar. Nein. Äh. Okay. Ich wusste gar nicht, dass man da oben reinspringen kann. Ich dachte, das wäre massiv. Von mir aus. Oh. Da ist das Ziel. Oh Gott. Äh. Hahaha. Kirby, please. Äh. Äh. Mehr. Mehr Minigames. Oh Gott. Es wird niemals aufhören. Niemals. Äh. Knopp. Oh, Kekse. Äh. Dorf der Musik. Mhm. Immer noch nicht über die dritte Welt hinausgekommen. Hä? Oh. Okay. Von mir aus. Whatever. So. Ich geh mal oben lang. Ich glaub, das ist die bessere Wahl. Oh. Okay. Die Dinger bremsen. Und das ist nicht gut. Okay. Okay. So. Komm schon. Dankeschön. Ich behalte den mal. Nur zur Sicherheit. Man weiß ja nie. Und drüber. Wunderbar. Uh. Ii. Genau für solche Situationen habe ich mir den aufgehoben. Sehr schön. Äh. Tada. Das war doch gar nicht so schlimm. Bis auf die Tatsache, dass wir immer noch geschätzte 300.000 Minigames vor uns haben. Mhm. Äh. Hehehe. Oh je. Okay. Puzzles. Hurra Land. Ist das, ist das, äh, das Tapete. Okay. Kommen wir vielleicht jetzt an den Plätscherstrand. Ja. Wunderbar. Oh man. Okay. Immerhin sind wir jetzt schon mal in der vierten Welt. He. So. Schauen wir mal. Nein. Ich bleib da oben. Bleib ich da unten? Ich bleib da unten. Düdü dü 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 dü. Du hast mich voll erwischt. Du kleiner Pappsack. Yes. Bin drauf gelandet. So mag ich das. Äh. Hoch da. Hoch da. Hoch da. Wasser bitte. Oh boy. Okay. Fein. Yay. Jei, 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 jei. Blub, blub, ozean. Okay. Von mir aus kann ich vielleicht mal wieder ein bisschen als Delfin rumschwimmen. Ja. Danke. Oder auch nicht. Whatever. Kann ich halt ein bisschen meschen. Doch, hier ist er. Haha. Oh. Immer Vollgas hier. Ich sagte Vollgas. Kirby. Das ist nicht Vollgas. Dankeschön. Oh, das war doch schick. Äh, das war nicht so schick. Das war der falsche Weg. Oh. 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 Da. Solche Unterwasserkontrollen mag ich. Nicht sowas wie Donkey Kong Country. Gott. Da kann man schön direkt Kirby steuern. So muss das. Nicht. Ah. Ah. Vorsicht. Ja. Vielleicht. Nein. Ah. Nee. Ich kann doch nicht da vorbei. Und ich bin übrigens voll da in die Gegner reingeschwommen. Das ist nicht gut. Oh. Nein. 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 Wunderbar. Natürlich. Natürlich. Es gibt immer brandneue Level mit einem Rennen. Oi. Sieht man eigentlich, wie viele das insgesamt sind? Weiß ich gerade gar nicht. Mal gucken. Hm. Nee, sieht man nicht. Ha. Ha. Oh boy. Und dann auch noch auf der Geheiminsel. Oh. Geheiminsel. Badum. Badum. Fitchi. Nein. Ich will da rein. Ich. Kirby. What the... Nein. Nein. Äh. Okay. Halt. Nee, da oben. Oh Gott. Oh Gott. So. Hoch. 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 Aha. Ich seh dich ganz genau, junge Dame. Habe. Wow. Ganz langsam, Kirby. Okay. Zumindest habe ich sie mal wieder eingeholt. Ist ja schon viel wert. Darüber. Ah. Ich vergesse immer wieder, dass man nicht auf das Posse hier drauf springen kann. Kirby, bewegt dich. Dankeschön. Hä. Meine Nerven. Ah. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine Folge mit Minigames. Wie wäre es damit? Offensichtlich nimmt das ja kein Ende mehr. Gut. Dann würde ich sagen, mach es das erstmal von meiner Seite aus. Das nächste Mal gibt es mehr Mara. Und vielleicht dann irgendwann in den nächsten 300 Jahren gehen wir auch mal in Streamland. Das wäre schön. Gut. Ich hoffe, dass das letzte Mal hat gefallen. Falls ihr hiermit abonnieren, kommt ihr gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.